hallo guten tag mein name ist paul dillinger und ich arbeite für die deutsche telekom ich sitze hier in meinem büro in der hausstab der repräsentanz und als ich vorhin hier telefoniert habe kam die postbote vorbei die postbote zwar mit diesem briefumschlag und ich wusste gleich was drin ist als ich gesehen habe hinten ist ein magentafarbenes panzer tape drauf und das kommt von claudia und da gucken wir jetzt mal rein kann we ignore be upset